Danke, Ehremann. Wir nehmen dich auch aufs Rekord. Danke, Ehremann. Find your client a witch. Client ist die böse Hexe. Wie? Die Falle ist ja fies. Da kommt auf jeden Fall jeder rein. Delfinchen scheint mir nichts zu machen und ist auch in die Falle gelaufen. Also Delfin scheint... Wenn sie mir jetzt witched, dann muss ich trotzdem dafür sorgen, dass sie nicht rausfliegt, obwohl ich sterbe. Das wäre schon tricky. Ich frage mich auch gerade, ob sie mich gewischt hat. Ich glaube, Sakuri oder Shoshi haben eine Katze links im Office getötet. Dort habe ich Katze jetzt gefunden. Und Smegi ist mit Malöres in Communication reingelaufen. Smegi ist gerade in Kommsten gefallen. Das ist witzig, weil ich bin mir... Ja? Nee, alles gut. Ist auch gerade noch irgendwer reingekommen, die er noch gesehen haben könnte? Ich bin gerade in Kommst reingelaufen, ja. Franz, ich bin rechts rausgelaufen und ich stehe jetzt schon wieder mitten im Lab, ne? Also, ich könnte ihn gebissen haben. Ah, okay. Nee, dann... Alles gut. Dann war das Sakuri, die mir gerade entgegengekommen ist. Wo? Links bei Office. Also ich war vorher in Office mit euch als Gruppe. Ich bin gerade ja zu kommst. Ja, aber davor bist du ja auch Office rausgelaufen. Ja, ich war ein Specialman, genau. Und bin dann durch Admin und dann links rausgekommen. Genau, aber hinter dir liegt ja keine Katze. Anyway. Ich kann nicht sagen, dass Vivi keinen Kill gemacht hat. Ja. Wow. Aber, dass Vivi nicht unbedingt gut ist. Warum? Aha, Vivi. Was hört man denn da über dich? Ich habe nämlich, dass Vivi den Kill gemacht hat. Nee, Vivi hat den Kill nicht gemacht. Ich kann euch auch sagen, Kai Joken hat auch keinen Kill gemacht. Ja, ich hätte auch Julie rausgenommen tatsächlich. Hättest du mich rausgenommen? Das ist ja nett. Äh, Kai Joken. Ich habe dich halt die letzten zwei Sekunden nicht gesehen. Äh, doch. Nein. Kai Joken. Wieso kann Vivi denn jetzt den Kill haben? Franz lag falsch. Franz hat mich auf Witch gedingst und ich bin eh no. Nee, hat er nicht, weil er ist Trapper. Franz hat mich gegessen. Ja, ja, er war auch ein bisschen Wörtchen, oder? Ja, er ist Trapper gegessen. Also muss ich Julie voten. Weil es... Was? Ey, das Wuppa spielt auf deiner Seite. Das ist ein Lava. Vivi, ich mein's nur gut mit dir. Ja, ja, ja. Verdau mir. Es klingt super sass. Warum haben die mich hier zum Sass? Das fand ich gut, dass Franz mich immer unter der Zwitsch. Ja. Ja. Das war ein Fein. Ich hoffe, er hat aber random. Ja, Vivi hat jetzt auch gegen mich geschossen, aber ich muss sie retten und beschützen. Jetzt hier wieder mit Kai Joken und hoffe, sie gibt mir ein Alibi. Erst. Wer ist es? Was war denn deine letzten Worte? Ich weiß es nicht. Also sag ich mal ganz kurz. Wie ich? Ja. Ich würde die letzte Runde kurz nur noch mal Revier passieren lassen, weil ich glaube, dass da wirklich Lava oder Lawyer drin ist. Weil... Welche Rollen hat Franz dann nochmal gesagt? Witch hat er auf Julie gesagt und Bounty Hand of Sakuri. Weil ich bin Eno. Genau. Er hat... Ich bin auch in seine Trap reingelaufen, deswegen wusste er was für eine Rolle ich habe, aber ich bin keine böse Rolle. Ja. Und er hat ja... Darf ich auch was sagen? Ja. Weil ich werde ja sonst rausgevotet gleich. Das stimmt. Also wie kommt ihr jetzt auf mich? Weil ich war vorhin noch richtig in der Tanzparty drin. Ja. Ausschlussverfahren. Julie, Julie, Malores und ich können uns eigentlich safen. Wir haben uns vor vier Sekunden bei Econ oben im Lab gesehen. Genau. Es könnte natürlich jetzt ein Self-Report von Sakuri sein, aber Sakuri nimmt sie die raus. Und falls es Sakuri nicht ist, kannst du es nur um sein, Kirste. Kann natürlich immer noch Sakuri sein. Und wer sagt, dass ihr nicht auch Mates seid? Weiß Stück. Wir haben... Die Vierer Mates, meinst du? Vier, ja. Vierer Mates. Also ihr könnt euch alle vier wirklich rausnehmen? Ja. Richtig rausnehmen. Mit ausschneiden. Malores, kannst du auch alle rausnehmen? Also ich kann auf jeden Fall Kai Juken und Julie rausnehmen. Danke, Ehrenmann. Wir nehmen dich auch raus. Danke, Ehrenmann. Wir haben uns geproft, wie sie inno. Genau. Es muss Kerrste oder Sakuri sein. Von mir ist das auch. Wenn ihr dann denkt, das ist richtig. Aber man errichtet. Es gibt jetzt hier. Also es war wirklich absoluter Wollstand. Also ich bin... Also wenn ihr mich bautet, verlieren wir als Crew. Ja, GG. Oh nein. Es ist so Major oder was? Oh, ich dachte jetzt irgendwie als Jester. Scheiße, ich muss nur irgendwie vom SAS wegkommen, ne? Ich will das hier gewinnen, ja? Ich will Vivi zum Sieg verhelfen. Als Law, ja. Licht ist jetzt links oben, wahrscheinlich wieder ein Kill passieren. Oh Gott. Jawoll. Ihr könnt euch alle vier rausnehmen, ne? Danke an dir. Also ich habe Vivi supported. Ich wollte nur, dass Vivi es schafft. Ich musste gucken, dass Vivi es schafft. Ah, und jetzt stehen wir hier vorne. Ich würde mich ruhig anwiggeln, ne? So ein neuer. Ich fühle mich richtig dreckig gerade. Und Verräder. Nooo! Nooo! Ich habe den Killer verfolgt. Sehr gut. Und Camo ging gerade außen. Was? Juli kann nicht gerade außen. Habe ich auch nicht. Vor Admin. Also vor Admin Camo ging an, ne? Kill ist gefallen. Ich bin runtergelaufen hinter der Person her, an der der Kill gefallen ist. Und Juli ist in den Vent rein, bei Cafeteria oben. Ne, habe ich nicht. Das kann echt nicht sein. Aber hat sie nicht. Habe ich auch nicht. Jedenmaßen, dann war es vielleicht nicht. Aber Holla, wer ist denn, wer ist denn die Witch? Ja, das ist viel wichtiger. Naja, weiß ich jetzt nicht, Juli, du bist schon ziemlich ziemlich raus, aber... Naja, aber Holla ist doch dann tot. Wir müssen jetzt die Witch finden. Lektive, Bibi hat sich an mir erschossen, weil sie dachte, ich war der Killer, weil ich den Killer verfolgt habe. Holla, das ist super, aber wem... Holla, wer ist deine Hexe? Erstmal Juli, die hat auf jeden Fall eine Killerung. Nein, 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 Entschuldigung. Nein, deine Hexe müssen wir doch rauswoten. Holla, entspann dich. Ja, wir sollten alle Holla erstmal voten, weil, bevor hier irgendwas Falsches rausfliegt. Maggie ist so Prosecutor, das stimmt. Das ist unmöglich. Danke! ich bin nicht der killer das ist absolut nicht getan ich habe franz wenden sehen ich glaube er ist böse maggie ehrenwander mann wie hat holl habe ich gesehen das ist so frechheit muss franz finden wo ist franz was hat er für ein skin ich muss franz töten ich verstehe es auch nicht kam aber safe an das kann sie gar nicht kann franz ist klein hat es gemacht wo ist die leiche immer die leiche knuspert wir haben waldschau oder ein klinger ne 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 julie ist nicht die ich wurde nicht von julie gut das weiß ich ja ich habe es mir was ist passiert hat franz fans hat mich auf mit oder ich bin es immer noch nicht ich weiß dass du nicht gut bist aber wer war es jetzt mit dem was war was meinst du schossi sakuri oder mal los wer von den dreien müsste die witsch sein ich bin jetzt nicht die witsch definitiv nicht ich habe aber eine vermutung wer sein kann ich glaube es ist mal löse okay dann ist es ja jetzt ist die frage wir haben nicht wir haben nicht wir haben nicht der karl drin ich glaube ich glaube dass julie und smeggy lover sind und einer von beiden ist böse und jetzt versuchen sie quasi den sack zuzumachen es gibt keinen sack wenn das so wäre dann würde ich mit julie schreiben ja wenn das so stimmt was du erzählst da würde ich mit dir schreiben und sein weist wer ist dein maid und welche rolle hat sie dann weiß ich es automatisch ich habe gerade im talk vor allem okay okay dann bist du halt nicht der sache war der leuer der kugel hast gesehen mal löse und schossi hatten irgendwas deshalb hat schossi ganz weit würde ich ihnen angesprochen ich werde mal los voten ich hoffe du vertraust mir sakuri sakuri was hast du gewartet das seht ihr wenn das licht angeht wo da ausgeht wir wissen es ja nicht wo wieder aus war da ist es nicht so wie zwei worte auf julie überleg mal wo die jemand ist hier major das ist unverschämt von uns ist es wirklich unverschämt und warum ich dich raus gegessen habe und warum ich dich darauf gepokert habe ich habe auch überlegt aber hätte ich das gekreut ja ja aber komm mal ja aber hätte ich das gekreut du schlumpf wir wissen ja nicht ob noch ein gäster ist von den crewmates und dann wären wir also dann würden wir sie übermacht verlieren und man muss ja was unter dem aspekt dass wir ein gäster hätten war dein gäst tatsächlich ziemlich dämlich weil wenn mal löures gäster gewesen wäre du wärst der erste der geflogen wäre nein weil die nein die werden dann nicht drauf gekommen sind ja auch nicht dass julie killer ist ja ich weiß ich hab's gesehen und dann habe ich schon darauf gewartet und ich habe katze reporten nicht gesnackt und ich dachte warum mache ich das also ich bin gewendet da war ich noch kam und deswegen habe ich gar nicht verstanden dass man mich gesehen hat reingesprungen und in dem moment war kam aus der grünen aber ich habe es geschafft ich habe es geschafft